Ich habe was gefunden. Herzlich willkommen zurück und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Legend of Zelda World of Wisdom. Hier habe ich einen Topf aufgemacht. Da ist jetzt die Kiste erschienen und, äh, aber ich weiß nicht wo. Ach nee, bitte nicht. Ich muss jetzt den ganzen Weg nochmal latschen. Da ist die Kiste. Ich wusste es. Ähm. Warte mal. Dann machen wir eins nach dem anderen. Dann gehe ich jetzt hier erstmal nach rechts. Da war nämlich noch ein Geheimnis. Verstackt. Den habe ich schon. Und zwar hier. Genau. Wusste ich es doch. Zwei. Gut. Dann fehlen noch zwei. So. Jetzt muss ich nochmal den Hebel umhebeln. Und zwar so. Jetzt die Kiste wieder weg. Ha. Das ist ja ein Ding. Und zwar hier, ne? Jawohl. So. Das heißt jetzt nochmal da lang. Und wo muss ich denn nochmal hin? Hat das denn noch alles Sinn? Letzter Schlüssel. So. Dann kann ich jetzt wieder runter in diese Hauptkammer. Dam, 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 dam. Wo muss ich denn lang? Hab doch überhaupt keinen Plan. Ne. Ach, Mann. Hier bin ich falsch. Gib mir Herzen. Ja, natürlich. Weg. So, wie komme ich jetzt wieder zurück? In meinen kleinen Regenbogentor. Ha. Ha. Ha, 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 ha. Okay. Jedes Herz wird gespeichert. Ha. Kling. So, jetzt muss ich doch hier oben eigentlich wieder durch, ne? Nee, jetzt nicht. Diesmal war ich aber schneller. Und jetzt nach rechts, glaube ich. Schade, dass sie nichts da lassen. Natürlich. Oh, Mann, oh. So. Warum hab ich das nicht schon vorher mal mit dem Bummer rangemacht? Hm. Ist doch egal. Da unten ist wieder so ein Stachy. Ich muss wieder aufpassen. Ja. Oh Gott. Ich sag's noch. Muss man den ganzen Weg wirklich zweimal machen, ne? Oder eigentlich dreimal. Dann müssen wir jetzt hier noch durch. Oh Gott. Ich weiß ja, was jetzt kommt. Und zwar das da. Einmal treffen lassen. Bin ich ja weg. Okay. Ob da auch ne, ne Laterne geht? Ja, natürlich. Ich speichere mal hier. Nein, warte. Ich speichere mal jetzt. Gut. Jetzt hab ich gar nicht mehr die Uhr im Sinn. Ups. Egal. Ich mach eh nur da Längen. Das wisst ihr ja. Au. Ey, das war unfair. Schöne Herd. Kommt bestimmt nicht wieder. Ich traute sie nicht mehr. Lalalalala. Da rieche. Pling. Achso, den lasse ich mal schön in Ruhe. Kriege ich von dir noch ein Herz? Komm mal ran. Tatsache. Ah, kein Piepen mehr. Sonst ist mir alles egal, aber kein Piepen bitte. Piependeckel. Ich mach die mal noch. Das könnte mir ein paar Herzen geben. Diese Viecher und schräge Wände, das geht überhaupt nicht. Weil die immer genau... Dann hauen sie aus ihrer eigenen Hitbox ab, ob ich da glaube ich. So. Gut, dann gab es eben kein Herz. Bitte schön. Okay. Achso. Nee. Ja, wo muss ich denn jetzt lang? Ah. Toll. So macht das Spaß. Lass dich einfach frei aus Töten. Ah. Hm, mit einem Herz die Welt erobern. Na, kommt euch das bekannt vor? Du Stahlnase. Geh weg. Ha! Ich bin mal nicht bekloppt. Oder doch? La, 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 la. Ach du liebe Zeit. Hm. Das wird dir jetzt interessant. Oh. Ach. Achtung. Ha. Oh. Hm. Ja, ich... Ja, pff. Ach, ich will auch nur meine drei Feen behalten. Das ist ganz zu viel verlangt. Guck, guck. Hier komm ich durch? Ähm. Ja. Ähm. Los. Oh. Das war Sinn frei. Gibt's hier auch irgendwo mal ein Herz? Hat jemand ein Herz für mich? Ich glaub nicht. Allein, allein. Okay, jetzt ist es rot unten. Weiß noch nicht warum, aber... Ach so. Darum. Ich müsste hier mal eine neue Folge aufnehmen, ne? Hehe. Ach Gott. Na super, ich freue mich jetzt schon. Hier sind Bömbis. Nochmal so ein Riesenraum. Ach. Herz. Die fahren immer... Äh, die fahren. Ach. Die fliegen immer genau zur Wand, damit sie ja nicht getroffen werden. Oh. Ne? Immer nach oben. Äh, wisst ihr was? Ich glaub ich mach nur mal ein kleines Päuschen und werd nebenbei ein wenig versuchen, Herzen zu sammeln. Wir sehen uns dann gleich an der Stelle. Hoffentlich mit vollem Herzen wieder. Bis gleich. Tschüss. Herzlich willkommen, ein fröhliches Moin. Zurück zur Let's Play Legend of Zelda God is our system. Ich bin voll. Endlich. Also. Ja. Könnte man das natürlich auch argumentieren. Wäre schön, wenn, ne? Hätte ich das ein bisschen leichter zu spielen, ne? Ähm. Super. Das heißt, wir müssen den nochmal umswitchen. Dann kann ich den nochmal so machen. Äh. Wir müssen rot, muss runter. Wie kriegen wir denn jetzt rot runter? Da, da, da. Muss ich den da runterschmeißen? Äh. Geht das? Ne. Nö. Ähm. La, da, 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 da. So. Da, 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 da. Coco. Jetzt hab ich so schön voll gesammelt. Bitte nicht mehr sterben. Nie mehr. Gar nicht mehr. Nicht. Das laden wir nochmal. Den nehmen wir mit. Moin. Schön gegrüßt. So, da oben ist ein Hebelchen. Dann machen wir die roten hoch. Dann können wir mit dem bestimmt Telepoddings, ähm, ne? Warte. Ja, das war sehr schlau. Ach. Da muss rot runter. Äh. Wenn rot runter ist, dann komme ich über... Ach so. Ähm. Doch, das geht. Aha. Jetzt hab ich noch ein Herzteil. Tada. Da, 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 da. Hm, hm. Da. Da, da. Warte. Gehen. Nee. Na, los. Da, da. Da, 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 da. Oh Gott. Weg. Da. Oh. So. Ich geh hier oben erstmal rein, würd ich sagen. Bombe. Hm-hm. Bombees. Moin. Oh. Moin. 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 Ja, denn. Ja, denn. Rrrr. Aha. Entschuldige, Schlüssel. Äh, Speicher. Komm, äh, ernsthaft? Geh mal da weg. Darf ich jetzt? Ah, ich darf. Da fehlt der richtige Schalter. So, das heißt, hier kann ich jetzt mal wieder gehen. Rot muss da runter. Rot runter. Passt ganz gut zusammen. Beides mit R. Runter. Runter. Runter rum. Rrrr. So. Ha. Moin. Da 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 da. Schlüssel würde mir ja nicht, äh, helfen. Ich sagte doch gerade, der würde mir nicht helfen. Aber ich muss auf jeden Fall den Schalter verändern. Da da da. Da 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 da. Da da da. Wo? Muss ich denn nochmal lang? Okay. Und jetzt? Ich muss ja den Schalter nochmal ändern. Wenn ich den ändere. Äh, da muss ich wahrscheinlich nochmal runterhopsen. Obwohl. Nee. Ha. Schlüssel. Wozu? 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 Ich muss den Schalter trotzdem gleich nochmal ändern. Ähm. Hier komme ich nicht mehr zurück. Okay. Ich muss den Schalter ändern. Und ich muss dann auf der anderen Seite sein. Kann ich mich eigentlich in meinem eigenen, äh... So. Das habe ich nicht gemeint. Oh. Äh... Wie soll denn das gehen? Okay. Ich ändere den hier. Und dann? Dann komme ich hier... Ah. Nee. 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 Ich verstehe es gerade nicht. Hm? Hm. Dann komme ich aber da zurück. Brägt mir das was? Natürlich. Mein schöner... Toller... Zauberstrahl ist wieder weg. Mann. Hm. Jetzt muss ich da oben aber irgendwie hinkommen. Jetzt, wo ich die Schalter richtig umgelegt habe. Jetzt komme ich da aber nicht mehr zurück. Okay. Was soll ich mit drei Schlüssel, wenn ich sie nicht nutzen kann? Ja, la, 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 la. Okay. Mal ändern. Mal rüber. Und jetzt... ...müsste ich den nochmal ändern. Da muss aber da hinten irgendwo noch was sein. Muss ich ja auch hier irgendwo noch so einen Schalter finden. Vielleicht unten. Nö. Nee. Ups. Was war das denn gerade? Was war das denn gerade? Hey, da muss ich doch hier irgendwo noch so einen Freund finden, oder nicht? Ich will mal raus aus diesen Dungeons. Er ist so groß. Oh. Der ist so I. Auch groß und I. Ist hier in diesem Raum vielleicht einer? Wäre ja auch schön. Äh. 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 Dieses Spiel bereitet mir so viel Freu. Ja. Joioioi. Äh. Ui. Ah. Oh. Oh Gott. Hm. Hi. Ähm. Klöpf. 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 Speichern. Man hat schon wieder zwei Herzen verloren. Da da da. Da da da. Da da da. Na. Hallo. 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 Gib mir Herzen. Gib mir. Gib, 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 gib. Badam, bam, 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 baada. Hopla. Hallo. Ähm. Da 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 hat sie mir. Gesundheit. Ähm. Ach. Hab schon mal gesagt, dass ich Schieberitzel nicht mag. Ich hoffe, die Schlüssel reichen. Sonst krieg ich hier bald ein Füll. So. Huuu. Oh. Ha. Tschüss. Aha. Hm. Bam, 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 bam. Wo muss ich denn lang? Zwei Kisten? Ich habe höchstens einer erwartet. Der magische Spiegel. Äh. Jetzt kannst du dich selbst warten. Ah. Fein. Äh. Silberfein. Jo. Und äh. Ah. Ja, guck an. Toll. Ähm. So. Das soll mir erstmal reichen. Ich bin schon völlig Panne mittlerweile. Und ähm. Warte. Och, Manno. Ich denke, hier kann ich das machen. Achso. In der anderen Welt. Dann will ich noch was ausprobieren. Sag aber schon mal Tschüss. Warte. Das machen wir noch. Das machen wir noch. Jetzt, wo ich mich höchstpersönlich per se und persönlich wagen bin kann, muss ich das natürlich nochmal ausprobieren. Hier nämlich. Was passiert denn zum Beispiel, wenn ich mich hier wagen? War. Wie war. Warum nicht? Okay. Das funktioniert nicht. Äh. Wir brauchen noch ein Herzteil, das wir uns das nächste Mal holen. Wir haben jetzt auch endlich die Silberfeile gefunden. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mal hier ein kleines Bäuschen. Ach, mein Hunter ist schon langsam krampft und diesen elendigen Gerenne durch dieses Labyrinth. Nein, das war echt ein gutes Labyrinth. War echt gut. Echt groß. Echt gut. Ich bin aber echt nicht froh, dass ich da raus bin. So. Ähm. Bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten Folge von Let's Play Legend of Zelda. God. Das hoffe ich es dann. Ich sage Tschüss. 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 Tschüss.